Hallo und herzlich willkommen zu den X-Tipp-Spieltagstipps von RheinKickTV. Wir tippen heute den 27. Spieltag der Bezirksliga 1 mit Daniel Flottmann, Kapitän von Fortuna Köln. Wir fangen direkt an, das erste Spiel. RSV Urbach gegen den SV Schlebusch. Ja, da hat sich der Meister schon ausgeruht. Deswegen tippe ich auf den Heimsieg und ich würde sagen, das wird ein souveränes 1-0. Okay. Ein Duell im Mittelfeld, SV Bergheim gegen Wipperfürth. Dann gibt es auch ein 1-1. Dann Heiligenhaus SV gegen Lindenthal. Heiligenhaus war seit fünf Spielen auf den Sieg. Ja, da müssen wir noch ein bisschen länger warten. Das wird wohl dann ein Auswärtssieg für Lindenthal. Okay, dann kommen wir zum Derby. Erster FC Spich gegen Trostdorf. Der Derby ist immer eng, aber voller Emotionen. Deswegen würde ich sagen 2-2. Okay. Dann... Nein, nein, alles gut, alles gut. Dann maximales Kellerduell, Bergisch Gladbach. Zwei noch null Punkte gegen Altenberg. Ich glaube an Bergisch Gladbach. Irgendwann muss der Knoten platzen, auch wenn er schon ziemlich spät ist. Dann würde ich sagen 0 Punkte, dann 1 gibt es auf Rechnung. Dann machen sie ein 1-1. Okay, 1-1 dann. Friedlingsdorf gegen den FC Leverkusen. 2-1. Leverkusen auswärts nicht so stark, genau. Drei Pleiten in Folge, DSK Köln, zuletzt dreimal in Folge verloren gegen die Spielvereinigung Porz. Oh, Porz, da habe ich wirklich schon was drüber gelesen. Da würde ich sagen, die sind gut drauf. 0-2. Also für Porz, ja. Okay, und dann das letzte Spiel. Die Fortuna U23 kann aufsteigen zu Hause gegen SV Westhofen. Dein Tipp? Ja, das kann. Kann sie ersetzen durch den Wirt. Und ich schätze, gewinnen dann. Das letzte Spiel war 3-1. Ich würde gerne die 0 sehen. 3-0. Wer schießt denn die Tore? Koruk? Ja, der hat ja schon genug. Der könnte bei uns mal welche schießen. Von daher wird sich das verteilen. Ich würde Ergün Pala, würde ich mal eins gönnen. Der macht auf jeden Fall eins. Sehr gut, danke Daniel Flottmann und dann noch ein schönes Wochenende.